Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Movie. Wir sind bei Folge 212 und wir müssen, 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 ich glaube meine Quest abgeben oder so, ne? Entschuldigung, meine Maus, die spackt ein bisschen. Warum auch immer. Okay, ich habe gestern einen Livestream gesehen von einem von Back to Basic, der hat PvP gelivestreamt. Sieht nicht schlecht aus, ne? Da ist sogar Trefferwertung drauf, Gretten mehr drauf. Was bin ich eigentlich hinbekommen? Hm. Wunderströmen. Ah, okay, 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 hier. Die ganzen Energien messen von den verschiedenen Säulen. Wie gesagt, das spackt ein bisschen, ich weiß nicht warum. Wie gesagt, ich kann euch die erste Säule sehen. Hier von den komischen Dingern da. Von den großen Abflussrohren. Wo ist das hier? Okay, wir können da lock auf lockischen. Westliche. Was ist da? Also, das geht eigentlich, die Quest. Dass wir so coole Sachen dafür bekommen, finde ich gut. Aber manchmal hat man ja so Quest, ne? Ähm. Vielleicht irgendwas, sag mal rein. Irgendwie killen oder so, der locker solo geht. Dafür kriegst du dann Ultra-Teile des Todes. Oder vielleicht haben wir so gedacht, hier sind so viele Gegner. Das kann man niemals einfach so schaffen. Ich hab' mit unserem reiterischen Können gerechnet. Ganz klar. Dass wir das einfach so mit links quasi machen. Hey, da hat einmal jemand gepullt. Mein Gott. Okay, da sind wir durch. Ich hoffe noch. Gut, wir haben einen Minenarbeiter. Ein paar Minenarbeiter. Steine mal geworfen. Ah. Der Mako funktioniert jetzt mal nicht so doll, aber es wird schon ja ein bisschen. ging. m completed wir sind hier die immer? troppen die das? ich war nicht so Teil des Planes manchmal wünsche ich mir einen Flugmaunt okay, aus unserem Pattern können wir nicht oh, das reicht nicht ähm, ja ein paar Probleme mit den Houses, ich weiß auch nicht warum da quasi so rum da quasi so rum zack so, ich glaube das hat nichts mit dem Spiel zu tun sondern irgendwie äh, funktioniert das nicht mit dem Firefox wo kommt der denn her? hast du gesehen? hm jetzt kann man das Zeit in den Rückpack weiß nicht, ob ihr den noch kennt hm festgegenstand dafür hm jetzt wollen wir mal rum der kann okay trinken wir was und dann gucken wir weiter hier lass uns gucken äh da hm ja hm hm Das ist ja seltsam. Was hat er denn ausgespuckt? Ja, gehts gehts. Ok, jetzt nicht wie es geht. Hat er das gesehen? Wie gesagt, irgendwas stimmt nicht. Meine Maus, die hackelt ein bisschen. Sehr seltsam. Ja gut, wir versuchen es noch hinzubekommen, zumindest für die Folge und dann muss ich gucken, wo er uns liegt. Das ist ja seltsam. 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 Nehmen wir schon mal eine Quest ab. Dann kriegen wir da schon mal unseren coolen Hut. Das ist ja seltsam. 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 aus schon mal 45 Prozent der Verwertung schon mal sehr gut weil ich meine sehr gut müssen verkaufen im Prinzip, da ist Geld wieder oben was geht dann? oder auch nicht uns reparieren zu lassen wollte ich sagen, aber das ist immer gut ja die Flugmaschinen sind immer auch cool so so was ich immer noch nicht gucken war ob der eine Typ wieder da ist für so das Rezept dickes Knoten und Leder bis zum nächsten Mal dann brauchen wir nix muss ich sagen jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge let's play wb burn and crusade Lass den Abrund da rum, lass den Abrund da, teilt das Video und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder ist, let's play, baby, baby und auf Wiedersehen.